Ich bin ganz tief im Wald drin und befinde mich mitten in nirgendwo und ganz plötzlich habe ich hier zufällig ein Lost Place gefunden, so ein ganz kleines. Ich werde da jetzt reingehen, damit ich so ein bisschen Lost Place Content habe. Jawohl, hier ist ein kleiner Raum mit, wie heißen die Dinger nochmal? Ja genau, diese Dinger, äh Paletten heißen die, genau. Und hier ist auch noch so ein Raum mit Sitzplätzen, Stühle und Bank und das war's auch schon. Viel größer ist dieser Lost Place überhaupt gar nicht. Ich mache zwischenzeitlich eine kleine Esspause, weil ich habe Appetit, ich habe Hungergefühle. Essen ist geil in der Natur, definitiv. Er hier, der hat bestimmt schon ganz viel Scheiße in sein Leben gefressen. Da bin ich fest von überzeugt, die machen sowas. Die machen sowas regelmäßig. Das hier, das sind Heideblüten. Das ist natürliches Antidepressivum. Die Dinger sind voll cool. Also diese Dinger hier.